Herzlich Willkommen bei der Wollscheid & Holdermann ORG. Mein Name ist Matthias Holdermann und mein Name ist Ingmar Wollscheid. Wir sind Ihre Ansprechpartner, wenn Sie sich um das Thema Presseversorgung kümmern möchten, also um die Altersversorgung oder Berufsinfähigkeitsabsicherung. Wir sind offiziell Beauftragte des Versorgungswerks der Presse, dem berufstelligen Versorgungswerk für Medienschaffende in Deutschland. Uns gibt es seit 40 Jahren am Markt, auch wenn man es uns beiden jetzt vielleicht nicht ansieht. Aber die Agentur gibt es seit sehr langer Zeit und wir kennen uns wirklich in allen Belangen, was die Versorgung Medienschaffender anbelangt, gut aus. Wir betreuen Sie entweder über die neuen Medien, aber wir besuchen Sie natürlich auch vor Ort. Wenn Sie Fragen haben, Interesse haben zum Thema, wählen Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank! Vielen Dank.